Hallo und Willkommen zurück bei Unreal Return to Napali. Wir sind hier, wo wir zuletzt aufgehört haben und ich habe noch einmal seit dem letzten Save hierher gespielt. Wir haben ein bisschen mit Gesundheit. Ich habe mich nicht so dumm dran gestellt und jetzt immer noch eine Etage nachrufen. Das ist natürlich jetzt selten doof. Kommst du bei mich? Ne, jetzt ist er tot. Super. Naja, nichts dagegen. Blödes Miststück. So, was ist das hier? Das ist seltsam. Wow. Okay. Ernsthaft. Wahrscheinlich. Jetzt müssen wir das durch den Kanal abbauen. Komm. Äh, warte. Achso, ohne. Ei, 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 ei. Und das hier jetzt? Äh, hui. Moment, Moment, Moment. Hä? Ne, ich bin jetzt müde? Was? Moment? Ha, irgendwie? Hä? Ne, Moment. Hier bin ich jetzt zu... die Bücher herkommt. Das ist doch neu. Ha, irgendwie... 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 das ist sehr verwirrend. dieses Römerleer und Jahr, das ist definitiv neu. Der ist nicht cool. Wow. Okay, gut so. Oh wow 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 Da braucht einer weg Und wo haben wir dann noch genug Munitions? Und wo haben wir nichts? Das bringt uns relativ wenig Das ist aber gut. Oh. Eieiei. Stirb tot. Miststück. Ach, das wäre die andere Dinger doch. Okay. Achso. Äh, what the fuck? Ich kann die Gefahr nur hin. So. Gefällt mir nicht. Wow. Okay. Wow, das soll ja immer lang. Kommt was? Reden wir? Nö, scheinbar nicht. Bounce of Foundry. Okay. Okay. Ah, dann gucken wir da. Volle Energie. Volle Energie. Okay. 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 Eieieieiei. Die Riesenbär hier. Geht ja gar nicht. Wow. Der war gemein. Ah, guck mal. Ach, guck mal. Da ist mir jetzt schon wieder dran. Oh ja, guck mal, ja. Wunderbar. So, können wir hier gerade mal. So, können wir hier gerade mal. Speichern. Das wird dann auch so riesen Level. Bisher war es hier relativ überschaubar. Die ganzen Levels. Und das letzte, das war ja richtig groß. Was? Hallo? Kann ich das nicht machen? Nö, scheinbar nicht. Das ist aber schade. Hä? Ich dachte mal. Oh, fuck. Mist, wie? Oh. Da war doch was. Da war doch was. Gastelphysia. Was, was, was? Was? Wieso ist jetzt die Musik sofort vor? Ach so. Der war schon ohne. Mal gucken, vielleicht bringt da was mit. Hätte auch was, oder? Was? Können die nicht drüber kommen? Das war doch nur einer. Wo ist der andere? So, leider jetzt. Typisch auch ein Witzbult. Das ist ein bisschen der Kleid gestorben. Was ist das von Tür? Oh. Mag ich überhaupt nicht. Wie ist das Ding? Ich glaube sowas von tot, ey. Oh ne. äh. Warning. Simultaneous activation of bolts. Becomes mild resulted in explosion. Due to pressure levels. Es fällt sich jetzt komisch an, aber ich glaube das wollen wir eigentlich, oder? Bonus Luftzweiter. Ich hasse diese Spinnen so furchtbar. Wohin jetzt? Hier sind überall die Warnnamen behandelt. Hier zurück. Eventuell zurück. Hat es mir im Hospital? Ja, da hat sich was getan. Den antitoxischen Anzug. Ah ja. So ist es jetzt mal hier. Wahrscheinlich, dass wir hier runter müssen. Ist der hier herrlich? Aber mit dem Mut zurück, ob man irgendwas vergessen soll. Auf der anderen Seite. Und alle die toxischen Anzüge. Ich weiß mal gar nicht, wie das hier pubert. Wow 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 wow. Wo ist Miststrick? Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Bis hier. Das ist nicht so. Miststrick. Opsa interessant gefällt man trotzdem nicht so wie ich in der Hegel momentan habe ach Mist fuck ich wollte das nicht überspeichere nicht doof kann man auch nicht kaputt nicht will er nicht verdammte Axt sieht man aber verdächtig aus dass du komm mach ich kaputt zu wenig Energie das bringt so nix müssen wir noch mal ein bisschen zurückgehen hier das ist alles nix so muss man hier mal machen weil ich kann mir so muss man hier mal machen so 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 das war jetzt schon mal wesentlich besser so 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 das ist jetzt wesentlich besser so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, die Musik hat sich auch erledigt. Wow, 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 komm runter. Stärkere, doch nicht. So, sehr schön, da hat es hier auch noch ein bisschen Munition gegeben. Oh, okay. Okay, wunderbar. So, ich würde sagen, wir haben schon wieder ein paar 20 Minuten. Machen wir hier, oh, komm, cool. Kleines Policy beim nächsten Mal. Geht's weiter, bis dahin, bye, bye.